Na fiese, na fiese. Ja, der typische Frauengang. Ja, genau. Du kannst für nix. Ich schieße. Du fährst. Dann ich schieße. Sie fährt. Und wie er anspringen wird. Gibt's die Leertaste. Super Leertaste. Ja, Leute, wir spielen's auf Computer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Gut, dass wir gewartet haben. Es scheint wieder die Sonne. Gehen wir gleich ein bisschen raus oder so. Gefälscht rausgehende. Ah ja. Hallo! Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Oliver! Lisa! Oh, mein. Jetzt bist du einer von uns. Denkst du, bist jetzt wie ich? Der Kalifornier-Boy ist geil auf das... das Drummelfieber. Meine Schwester kriegt... ...einen Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Bist du sauer, Jason? Du bist sauer. Okay? Versteh' ich. Ich hör' mich so krass. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich hab' sogar getötet für meine Schwester. Oh, das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gesagt. Jedes verdammte Mal! Sagen sie zu mir... Was? Was? Herr Perfekt, auch mal ist dir wichtiger! Die oder ich! Ich oder die! Was ein Typ! Die denken, dass ich mich entscheiden müsste! Ha, ha! Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hatte doch so schön gepasst. Wird nicht so blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Es reicht es nicht, dich zu töten. Schuss, 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 ist okay. Nicht wein. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, man. Es ist wunderbar, dass du bereit bist für deine Liebste zu sterben. Nein! 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 Wir gehören uns! Wir gehören uns! Wir gehören uns! Olli! Wir gehören uns! Wir gehören uns, wir gehören uns! Oh, nein. Wie kommen wir los? Wie kommen wir überhaupt? Was ist denn hier? Wow! Und wir krachen ein. Wow! Allerlieb, allerlieb! Hallo, hallo, Frau Müller. Au! Ah! Haben wir überhaupt noch Waffen? Wahrscheinlich nicht. Ach, zum Scheiße. Ähm, und jetzt? Trennen. Let's go! Und wir haben Waffen. Sehr schön. Moment, mal lang. Wow! Oh, da lang. Da. Ach, du Sau. Jawohl, hast du da draufgeschossen, du weißt? Nö, nö. Haben wir alleine gemacht. Aha! Trennen. Rot. Ups. Yo. Ach, sag nicht. Alter, wie mies. Wie mies ist das mal. Wie mies. Schon krank? Schon geil. Leider geil. Leider geil. Ja, komm. Wollte schon sagen, man braucht dich einfach auf. Oh, du Scheiße. Alter. Mit dem Stab. Schneeke. Halt dich fest! Wieder hoch! Jason Brody. Schneeke. Duschen. Da waren wir mal unten. Boah, ey. Wie krass. Wie krass, Alter. Ah. Ja, toll, Junge. Ich bin da. Ich bin doch da, Mädel. Spanne. Hallo. Du bist ja genauso süß. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, ne? Wie war es eben? Was willst du? Gebrochene Knochen oder sterben? Links. Ah, das war voll gegen deinen Kopf. Ah! Aua. Hallo. Ich halte dich. Oh! Alter, Alter, Alter! Oh, wie oft noch? Ah! Ich glaube schon. Gut. Dann renn. In der Wagen. Schnell. Das schaffst du. Na, Fiese. Na, Fiese. Ja, der typische Frauengang. Ja, genau. Du kannst für nix. Lisa, du fährst. Wah? Wah! Okay. Ich schieße. Du fährst. Dann ich schieße. Sie fährt. Er springt nicht an. Und wie er anspringen wird. Gibt's dir eine Leertaste. Super Leertaste. Super Leertaste. Ja, Leute. Wir spielen es auf Computer. Wie man das so mitbekommt. Boah. Boah. Boah, wie krass. Boah. Hast du die Explosion gesehen? Wee! Welche Explosion? Boah, Lüchen. Huuuuh! Noch nicht schießen. Was bist denn du? Okay, ich kann doch hier rausschmeißen. Schön. Gegner! Alter! Tschüss, Mann. Verkehrsberuhigung! 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 Wie soll ich denn mit dem da kommen? Du machst das schon! Oh. Was schießt da rum! Was machst du denn? Du schießt auf die Pfing! You don't say, Mann! Du bist keine Hilfe! Hallo, fahren wir gleich selbst. Fahr geradeaus! Ich schieße immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn ihr auf mich schießt! Sei still! Das haben wir die ganze Zeit, ja! Hände auf 10 vor 2! 10 vor 2! Anfahr du doch! Gerne. Nein, ist okay. Nee, lieber nicht! Lieber nicht! Ja. Was ist denn der Ziel? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schau mal, wo fährst du denn noch lange? Schneller! Schneller! Keine Straße geht nicht! Sag mir! Die Bullen! Die Bullen! Oh, ja, Chris! Nein! Abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Renn doch die Kuhplungen! Ich... Welches Pedal ist das? Hahahaha, wie cool. Ich glaube das ist... Was, 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 was? Jason Brody! Au! Wer braucht Waffen, wenn man hier eine kleine Waffe hat, gell? Schöne Sache. Tschüss, Mama. Ja, was jetzt? Gegner. Aufentine! Wuh! Heido. Schon dabei. Schneeke! Wie war er mit geschossen? Ich muss euch kosten. Bitte nicht. Geil! Diese Pisser hat gar nicht gemerkt, was passiert ist. Wir finden sie schon geil. Es regnet. Hey Mädels! Oh! Kannst du aufgehen oder als Sklave verkaufen werden für witzig? Alicia, beruhige dich! Es ist dein Einbrauch! Okay, hör zu, ich mach das schon! Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Hallo! Sie sagten, sie haben Oliver zum Dunkel gebracht, bin ich sicher bei... Kim und Daisy! Was ist mit Riley? Ich weiß nicht, wie von Riley oder Grant! Grant ist tot! Scheiße! Ich bin nicht sicher! Ich bin nicht sicher! Ich bin nicht sicher! Ich wette auf die andere zu finden! Wo ist sie? Nein, nicht da, nicht da, in die Höhle. Ah, hier. Langsam, 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 gehts irgendwo runter. Da gehts aber sehr schnell runter. Hör mal, wie sie ihn nach... Da ist ein Weg. Jawoll, kann doch mal rein. Lisa Snow, Lisa Snow, Lisa Snow. Ah. Deine Freundin Lisa Snow, Präsidentin der Studenten-Arts an der UCLA, strebt, ausstrebende Hollywood-Hauspielerin, ein paar Verwarnungen wegen Falschparken, sonst nichts. Du solltest nicht mich ihr vorstellen, wie würden uns verstehen mit ihren Stinkefinger-Attacke. Jawoll. Das ist unsere Freundin? Ja. Haben wir eine gute Freundin, grünsch. Was, Montenegro? Ah, da bist du. Was, Montenegro, tief sieht aus. Sag mal hier, also an Laufstil sollten wir noch mal arbeiten. Ich glaube, du kannst einfach schon in die Höhle gehen, die kommt sowieso nach. Ich bin cool. Ja, auf jeden Fall. Brauchst du Geld? Hä? Hä? Brauchst du? Daisy? Was hast du geschafft? Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay. Ich habe genug Geld. Bitte was? Du musst dir das mal vorstellen. Das sind zwar Pixel, aber... Der ist rund! Und der hinten? Ja! Der ist... Wer ist rund? Der ist schön. Ja, für Pixel? So müsste es mal eine Realität sein. Tschüss, Mann. Tschüss, Mann. Ich nehme mal um. Schön. 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 Wann? Komm, sich die an. Tjoah. Sollst du als zwei Sachen. Glaubst du du kriegst es... Wo sollst du als was? Sollst du hier keinen? Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Glaub mir. Verkrabbeln? Das Spiel ist ab 18, das wissen wir. Aber nein! Hat es da dringt? Ja, aber hier ist etwas wo es hin muss. Antriebskopf ist eine Höhle. Kiste. Jupp, schon gesehen. Kiste. 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 Hallo. Wo ist der Daddy Bear? Daddy! Was ist los hier? Verlusten. Hallo. Hallo. Okay. Du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn noch anbauen. Seriously. Na meinetwegen. Das ist ein typischer Frauenspruch. Aber gut. So. Voll. Bist du schon fertig? Ja fast. Nein, das war's. Ja. Jetzt schaffen wir's selbst. Sehr schön. Wir berichten doch mal mit Lisa, bevor du gehst. Natürlich! Ja das sollten wir tun. Unsere Freundin Lisa. Sie ist wahrscheinlich ziemlich... Fertig mit dem Nerven? Ja auf jeden Fall. Wer wäre das nicht, wenn man auf so eine Insel kommt? Ja, ja, ja. Und total. Alter, Alter. Ich könnte mir das niemals vorstellen. Ja. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen ist eine Art Plan. Okay. Ich finde Riley und unsere Freunde bleibt hier und hier stehen mit dem Boot. Das ist mein Plan. Sie hätten die Flucht fast nicht überliebt. Nein. Deine Sohn. Ich mach das schon. Der denkt auch gerade dran, ne? Sei vorsichtig. Oh. Oh. Schmerz. Ja. Ja. Und hier wurde gespeichert und hier machen wir auch die... Erste Pause. Endlich mal. Nach bestimmt vier Stunden oder so jetzt. Wir haben wieder richtig reingehauen. Triff Citra. Triff Citra. Das hört sich nicht gut an. Ja und wir haben jetzt die zweite Freundin schon gerettet. Das... Daisy Lee. Ja die wollen wir jetzt aber nicht angucken. Okay. Die Freundin deines toten Bruders Grant. Ah. So so. Daisy Lee ist eine... Ist in Maine aufgewachsen. Bevor sie in Los Angeles zur Schule ging. Sie ist Profischwimmerin. Fragt sich nur, ob ihr das hilft, lebend von der Insel zu kommen. Ja. Ja. Genau. Das sollten wir mal machen. So und wir speichern jetzt nochmal. Blum blum blum. Einfach weil wir es können. Haha. So und ähm... Ja. Wir sehen uns wieder zu Fuckright rein, wenn die IC Freaks wieder spielen. Tschüss Mal! vom man leo we hey Untertitelung des ZDF für funk, 2017